Peace Leute, und was geht ab? Und willkommen zu ADEMPROZ, Leute. So Leute, wie gesagt, wir sind gerade vor dem Bowling Center in Burgstall. Genau, da schaust du was drin. Genau. Und Leute, also ich, der Ramon und der Sebastian. Und hinter der Kamera steht jetzt Marcel. Hallo! Passt, ich höre nicht. Genau, du bist so hart, dass du so. Ja, sehr leid. Ich brauche, ich kenne dich nicht. Egal, los. Okay Leute, wie gesagt, wir sind jetzt in Burgstall vom Bowling Center. Ich habe eh 40 Jahre zur Verfügung. 40? 40 Euro. Ja, 40 Euro, das geht sich auch so. Okay Leute, wie gesagt, jetzt gehen wir gleich rein. Und das war Anfang des Videos. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und Leute, ich wollte, ich wollte nur sagen, wir gehen alle jetzt rein, genau. Und Leute, am Schluss, also wieder zwei Leute grüßen, wie gehabt. Und Leute, was ich euch sagen wollte. Hey, warte mal Sebastian. Und Leute, so sind wir schon da. Und wie gesagt Leute, am Ende des Videos wird auch ein Sponsor geben. Wir unterscheiden das Video dann noch. Wir spielen billiger, sogar Bowling und ein bisschen Boxautomaten schießen. Ja, sind wir schon drin Leute, schaut, bis gleich. Sebastian, hast du einen Treffer? Wir bekommen das nächste, was Sebastian? Wir bekommen das nächste, ich? Wir filmen du mich. Wir filmen Sebastian. Echt? Ein Panzen, wenn du fahrst? Gibt es nicht? Sicher. Dann warst du ein Panzen, nicht? Ich mach's schon Panzen. Du, jetzt. So, jetzt ist der Dani dran! Geht schon, nimm da eine Kugel! Geht schon! So Leute, das bin ich dran, du musst das Schein halten! Olle! Ja, super! Ja! Komm mal! Es ist ja nicht so schwer, oder? Ja, halt! Da kann ich nie wieder dran! Was? Pulling Achter! Warum so langsam? Oh ja, komm! Her wieder! Her wieder! Super, Aston ist hier wieder dran, Leute! Let's go! Komm! Ja! 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 Das ist ein Schiff. Es ist ein Schiff. Schau mal, was ist das? Hör mal. Surfst du auf. Du bist in der Türkei. Ja, voll. Daniel, du bist dran! Ich bin dran! Ramon? Ich bin dran! Ah ja, da, schau auf der Tabelle, Leute! Du bist dran! Ja, wartet, Leute, ich suche schnell! Warte! Warte! Ja, warte kurz! Nimm mal schnell ein anderes Foto von da! Nimm mal... Das ist doch auch so geil von einem Foto! Da, Leute! Okay, fast, geht schon! Von da! Ich bin dran! Ich bin dran! Drei, zwei, eins, go! Hä? Was? 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 Nein, eines... Ah ja, geil! Ja! Ui, Memo! Ah, schnell, Marcel! Genau! Ja, das ist jetzt an Sebastian! Hamon! Hamon, bist du dran? Hamon! Hier! Hier! Hier, warte, komm! Oh, geil! Ich bin dran! Da, die sind bei! Ja, hier! Du bist dran! Warte, was? Ach so, hier! Nein, hier! Das ist jetzt hier drin! Ah ja! Das ist jetzt sehr schlecht. Das ist jetzt einfach so leicht. Das muss mich jetzt hier sein. Mögen! Hier ist es nicht damit! Man stellt sich halt! Nein! Da ist es sicherlich! Jetzt ist der Daniel gekommen. Ja, du willst auch anfangen, Gormel. Mach einfach. Ich sehe. Hast du alles gebraucht? Ja. Munden auf Stopp, genau. Ja, genau. So Leute, wir melden uns jetzt wieder. Wir melden uns jetzt wieder vom Bowling Center aus. Leute, genau, sind wir fünf Minuten das Video gestoppt. Und jetzt schauen wir weiter, ob es weiter geht. Marcel, ach am Hund. Hey, Marcel schau mal her. Marcel, schau mal her. Marcel, schau mal her. Marcel, schau mal her. Du bist. Leute, ich bin dran, wir sehen uns, wenn wir am Ende sind von Poling spielen. Ja, wie gesagt, Leute, schau, ich bin am ersten Platz, Leute, Daniel, ich bin am ersten Platz, ich gehe auf 115 Punkte, genau, der Sebi ist am zweiten Platz, 98 Punkte, der Marcel hat 102 Punkte, das ist am dritten Platz, oder? Ja, passt, helfe ich mich nochmal. So, es geht schon Sebastian. Hey Sebastian, hey Sebastian, was machst du, Biba Bobiga, ich scheiße meinen Bobiga. Der Bastille, der Eisler, Alter, nicht der Hund da. Ja, warte, ich filme das nicht. Moinsen. 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 Ein Eis? Sagen wir doch. Warum jetzt, Moinan? Ich bin jetzt am Besparen. Wir sind bei der Kanakenausbildung. Sebastian. Ja, Sebastian. Ja, mach auch. Bobiga. Ja, was? So, Leute. Ja, was? Tschüss. Bye. Hey, wo geht's jetzt? Ja, Mann. Hey, wo geht's jetzt? Ja, raus schon, warum? Ist es wieder zu Ende? Das würden wir eigentlich schon, wenn ein Pizzabescheh kaufen und so irgendwo, dann tun wir das machen. Siby, wo gehst du? Wollen wir mal. Hey, warum? Wo machst du? Und ein Mensch. Bitte. Ich melde mich jetzt wieder vor dem Bowlingcenter draußen, schaut von Eingang genau. Da ist noch das Bowling-Logo. Und Sebastian, was machen wir jetzt? Ich geh jetzt. Hä? Ich glaube, Billy will essen Pizza heute. Ich glaub, hey. Na komm. Ja. Hast du noch Geld drauf? Ja, aber das ist nicht möglich. Sie sind ein Fehlinteressanter. Okay. Ja, pass laut. Sieh uns gleich bei der Pistobox wieder. Und dann ist eh schon bald das Ende dieses Videos. So, Leute. Jetzt melden wir uns von der Pistobox aus. So, was ist dein Problem? Das geht auch nicht, Sebastian. Das geht auch nicht, Sebastian. Das geht auch nicht, Sebastian. Wirklich? Das ist jetzt. Irgendwas defekt. So laut, wie man da vor der Pistobox genau. Genau. So laut, wie man da vor schaut. So laut, die Pistobox steht da oben. Da haben wir einen Zug sogar. Komm an. So. Also das. Und lasst uns leichter. Lasst uns leichter für diese Aktion, dass wir im Bowlingcenter waren. Im Bowlingcenter. Genau. Das ist so nice, Leute. Da habt ihr eine Tafel, wo... Ja, ja. Bitte. Ja. Ja. Ich hoffe, es ist noch Gummibärchen. So, Leute. Wie gesagt, Leute. Wir sehen uns noch bei der Pistobox mit den drei. Prost. Mit den Jungs. Genau. Junge. Mit den Jungs, genau. Das geht nicht, sie passen. Wirklich. Wisst ihr, dass das nicht geht. Aber wie viel kostet das? Das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Ich sag doch. So, Leute. Hier ist so Gummibärchen da oder irgendwas anders. Und wie gesagt. Genau. Dann passen. So, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder. Schöner. Ja, warte. So, wir klären wieder, wenn wir was Neues wissen. Da gibt es eine Tabelle. Wo man... Wo man einfach drauf drückt. Wie viele Spiele? Ich weiß. Weil es ein anderer ist. Umlasst mir den Scheiß. Ähm. Leute. Wie gesagt. Es ist nicht spannend. Es ist nicht spannend. Lass den Lektor. Für mehr solche Videos mit Sebastian. Und so. Und... Da hat man so eine Tafel gegeben. So eine Tabelle. Wo man... Na, was soll ich sagen. Wo man... Leute. Wo man einfach drauf drückt. Wie viele Spiele mit stehen. Weil... Der Ramon hat am Schluss aufgehört. Warte. Weil der Ramon hat dann aufgehört. Und dann war nur noch ich bis Sebastian Marcel. Und... Das hat einfach 27 Euro. Wie viel kostet? 27 Euro 60. Das ist so teuer. Na ja. Ja, wie gesagt. Warte. Wir sehen uns dann gleich einfach wieder. Und das Video wird auch gesponsert. Sag ich dann nicht euch. So, Leute. Und das Video ist gesponsert. Das Video wird unterstützt. Das ist... Wird gesponsert durch... Ehhh... Bowling Center. Genau. Genau, Leute. Das Video ist eine Werbung. Da oben rechts steht's. Eine Werbung. Das Video wird unter... Wird gesponsert durch Bowling Center. Da tue ich... Da tue ich... Die... Die... Vom Bowling Center... Die... Die... Vom Bowling Seite... Warte. Vom Bowling Center... Die Seite tue ich... Also, Leute. Erster Link... Erster Link... Erster Link in der Videobeschreibung. Erster Link in der Beschreibung. Leute. Checkt das alle ab. Könnt's gerne nach Burgse kommen. Oder wenn's in Burgse wohnt, dann ist's so. Das ist das Bowling Center, genau. Genau. Das ist das Bowling Center. Ja, genau, Leute. Tag, Leute. Das ist das Bowling Center. Das... Das war's jetzt wieder mit der Werbung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Es ist viel Spaß mit dem Video. Bleibt's... Bleibt's bis zum Ende dran. Das war nur kurze Werbung am Rande. Genau. Die... Die Webseite... Erster Link in der Beschreibung. Hier unten drin schreiben. Und dann sind wir uns gleich wieder beim Ende dieses Videos. So, Leute. Jetzt melde ich mich wieder zurück. Und die zwei fahren auch schon heim. Genau. Die zwei. Der Ramon und der Marcel fahren schon heim. So, Leute. Leute. Und wie gesagt. Jetzt ist schon Ende dieses Videos. Wenn's euch gefallen, lasst gerne mal ein Like und ein Abo. Ganz wichtig, Leute. Und Leute, was ich sagen wollt. Einfach... Billi... Also, Leute. Wir wollten... Wie ich ehrlich bin, Leute. Wollte ich und der Sebastian... Und... Ehhh... Marcel und Ramon und Sebastian. Dass wir vier... Wir zu viert. Wir wollten gerne auch Billiard spielen. Das sind... Leute, das kennt ihr ja. Billiard. Das ist... Das ist eine... Ein Billiardtisch. Das sind die halben... Die halben Kugeln. Mit die halben Nummern. Mit die halben Zahlen. Und... Und mit die ganzen Zahlen. Ihr kennt's einfach eh, Billiard. Genau. Das haben wir... Das haben wir ausgelassen. Ist besser, Leute. Weil sonst wird das Video so lang. So, Leute. Gleich zu den zwei Leuten, was ich grüße. Du. Und, Leute. Es tue ich circa nicht zwei, sondern drei Leute grüßen. Schöne Grüße an... Ehhh... Oliver aus Burgstall. Christian aus Burgstall. Und Sebastian Führitsch. Psch. Bam. Ich die... Hallo. Ich die Glocke aktiviert. Danke dafür. So. Wenn ihr von mir auch gerüstet werden wollt. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Hashtag... Hashtag Glocke aktiv. Wenn ihr einfach gesehen habt. Und die Kommentare gesehen habt. Hashtag Glocke aktiv. Wer jetzt wieder nächstes Mal aufgerüstet. Viel Glück, Leute. So. Und was... Und... Ja genau. Und... Vergiss auch nicht kostenlos zu abonnieren. Nehmen einfach die Glocke drücken. Dass ihr keine Arichtung, kein Video mehr verpasst. Ganz wichtig, Leute. Und... Ja, das war's eigentlich. Und... Vergiss mich auch nicht. Folgt mir auch... Übrigens. Folgt mir auch auf Instagram. Ich heiße itztaniel25. Also ich tue immer... Ich... Ich tue mich selber einblenden. Das mache ich immer. Dann nimm mal Sebastian. Und... Marcel. Genau. Alle Trends werden eingeblendet. Außer ich weiß von Marcel nicht. Bam. Genau. Und wie gesagt... Und ich wollte euch nur sagen... Und... Das war's euch. Ich will sagen, das war's mit dem Video. Freut euch wieder auf das nächste Video. Auf die nächsten Videos. Wenn es euch gefallen, lasst ein Like da. Und Peace, Leute. Das war's schon mit dem Video. War echt ein nicees Video. Peace, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Video.